Herzlich willkommen zum 72. Oldenburger Landesturnier hier im Schlosspark von Rastede. Im letzten Jahr, leider pandemiebedingt abgesagt, sind wir froh, in diesem Jahr diesen Oldenburger Klassiker hier erleben und durchführen zu dürfen. 2500 Gästen, Reitern, Funktionären und Helfern ist es in diesem Jahr gestattet, persönlich vor Ort zu sein. Strenge Zutritts- und Hygieneverordnungen erschweren uns dieses Jahr ein wenig die Durchführung des Oldenburger Landesturniers und trotzdem freue ich mich drauf. Allzu gerne würden wir Sie alle persönlich hier im Oldenburger Schlosspark von Rastede willkommen heißen. Umso glücklicher sind wir, dass viele treue Fans und Gäste uns online live mitverfolgen, via Klippmerhorst oder über die Seite des Oldenburger Landesturniers. Wir sind sicher, es werden auch wieder andere Zeiten kommen und ein Oldenburger Landesturnier ermöglichen, so wie wir es kennen, aus seiner über 70-jährigen Turniertradition heraus. Lassen Sie uns nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern freuen wir uns auf Top-Pferdesport hier im Schlosspark von Rastede. Es sind zwar in diesem Jahr weniger Zuschauer vor Ort, aber nicht weniger ist die Begeisterung für das Oldenburger Pferd, für die Oldenburger Zucht und für das Oldenburger Landesturnier, seine Menschen und seine faszinierenden Pferde. Herzlich Willkommen zum Oldenburger Landesturnier 2021! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 2021